Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Jens Hertel, ich bin immer noch fix und fertig nach so einem Spiel. Mit einer ganz intensiven Schlussphase 4 zu 2 gewonnen. Und wir haben oben nicht nur die Nerven fast, sondern auch noch die Stimme verloren. Wie geht es Ihnen nach dem Spiel? Ähnlich. Das ist natürlich gerade gegen Saarbrücken, die in der Crunch-Time extrem stark ist. Die da schon viele Spiele gedreht hat. Dann machen sie diesen Anschlusstreffer nach der Ecke, nachdem wir das 3-1 gemacht hatten. Und eigentlich gedacht hatten, okay, das Spiel ist eigentlich zu. Dann war es nochmal kurz offen. Und zum Glück waren wir dann aber heute so stabil, dass wir nichts mehr zugelassen haben. Und dann selber nochmal zugeschlagen haben und das 4 zu 2 gemacht haben. Und dann war das Spiel durch. Und der Schiedsrichter hat dann natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Also ich glaube, es waren heute viele strittige Entscheidungen, die dann halt aus unserer Sicht dann schon noch gerade zweite Halbzeit pro Saarbrücken waren. Aber wir haben uns dann gegen alle Widerstände durchgesetzt. Die Platzverhältnisse waren schwierig. Aber wir haben sie angenommen und am Ende auch genutzt, relativ einfach gespielt. Trotzdem sehr zielstrebig, immer wieder auch Torchancen kreiert und dann gegen eine gute Mannschaft auch verdient gewonnen. Beide Teams ja durchaus ersatzgeschwächt hier in dieses Spiel gegangen. Und die Saarbrücke ja im letzten Spiel einen ihrer besten Abwehrleute mit verloren. Lassen Sie uns doch mal so an den Gedanken teilhaben. Spielt man da als Trainer drauf und sagt, ja, in der Abwehr sind sie jetzt empfindlich zu treffen. Und da gehen wir heute drauf? Na, ich glaube, das ist weniger eigentlich das Defensivverhalten. Aber Steven Zellner ist gerade für ihr Spiel mit Ball natürlich extrem wichtig, weil es ein gelernter Mittelfeldspieler ist. A, er hat dann noch ein gutes Tempo. Also ist dann auch immer schwierig zu überlaufen. Und B, ist er halt im Aufbauspiel extrem ballsicher und ruhig. Und so einen Spieler können die natürlich auch nicht eins zu eins ersetzen. Und die Jungs, die dann reingekommen sind, klar, die hatten nicht so diesen Rhythmus. Und das hat sicherlich uns auf jeden Fall nicht geschadet, dass Zellner nicht gespielt hat. Das 0-1 und man dachte oben auch nicht schon wieder. Wir murmeln uns die Dinger selber rein. Da kriegt man doch noch mehr graue Haare unten, oder? Ja, definitiv. Das war schon eine schwierige Phase, weil wir auch nicht ganz so gut reingekommen sind, wie wir es eigentlich wollten. Haben wir ein bisschen gebraucht, um dann zu wissen, wie sie ihre Laufwege und von wo sie die starten. Und wer da alles immer mit tief geht, aber ja, und dann noch den Fehler. Da war es aber wichtig, dann stabil zu bleiben. Also wir hatten ja dann oft in dieser Niederlagenphase das Problem, dass wir halt dann direkt alles wieder gut machen wollten und dann so viele Torchancen zugelassen haben, dass der Gegner meistens das Spiel dann auch nochmal erhöhen konnte. Und wir dann mit zwei Toren zurücklagen, wo es dann natürlich immer schwierig ist, dann zurückzukommen. Das haben wir heute nicht gemacht, sind ruhig geblieben. Zum Glück auch relativ zeitig mit dem Elfmeter dann zurückgekommen ins Spiel. Und dann hatten wir ja schon in der ersten Halbzeit die Chance und hatten da auch noch ein, zwei gute Umschaltsituationen. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit einfach da so weitergemacht und einfach auch mal so ein Konter selber zu Ende gespielt, wo es wirklich mutig war, wo wir das gemacht haben, was wir wollten, hinter die Kette, wenn wir einen Ball gewinnen. Dann haben wir ein gutes Gegenpressing, haben wir super überspielt in den Situationen. Und da ist der Matchplan heute eben doch aufgegangen. Und die Jungs haben sich auch zerrissen und dann in jeden Zweikampf reingeworfen. Und so auch die, die jetzt länger nicht gespielt haben, haben sie heute auch hervorragend gemacht. Manuel Verona-Polido nach den zwei Toren im letzten Spiel, auch jetzt mit mehr Selbstbewusstsein und das 2-1, das hat mich ganz besonders gefreut. Ein Mann, der hier durchaus mit Anlaufschwierigkeiten in Rostock gestartet ist, aber der immer von Woche zu Woche besser wurde, Björn Roter. Also das hat mich besonders gefreut. Sie auch? Ja, natürlich. Es war jetzt auch nicht so ganz selbstverständlich, dass er startet. Ich meine, Olli hat das auch gut gemacht in den letzten Wochen. Aber nachdem Becks und Jan Löhmann zurück raus waren, war ich mir eigentlich am Anfang der Woche schon relativ sicher, dass wir es so machen werden, dass Björn dann spielt. War die Trainingswoche trotzdem nicht ganz so stark, aber wie er es heute dann gespielt hat, hat er die Dinge umgesetzt, die wir auch nochmal besprochen haben, die dann eben auch wichtig sind für sein Spiel. Und dann auch diese Wege dann zu machen und sich dann heute auch belohnt mit dem Tor. Und das freut mich natürlich. Klar, wenn man dann immer selber auch ein Stück weit unzufrieden ist oder unter Druck ist, weil die Performance nicht so ist, wie das alle erwarten, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach. Aber das hat er heute über Augen gemacht. Ich glaube auch, es war wichtig für ihn als Spieler, dass Sie als Trainer immer an ihm festhalten, ihn immer wieder bringen und ihm Mut zu sprechen. Also, dass Sie ihn aufbauen, das glaube ich, hat ihm auch was gebracht. Naja, sicherlich. Man muss dann schon nochmal das ein oder andere Gespräch führen. Aber klar, wir sind hier eine Leistungsgesellschaft und am Ende muss die Leistung auf den Platz erbracht werden. Ansonsten kommst du als Trainer in die Teufelsküche, wenn du dann irgendwie anfängst, irgendwelche Ausnahmen zu machen. Und die gibt es nicht. Also er muss sich genau wie jeder andere Spieler das natürlich immer erarbeiten. Er hat es natürlich vielleicht auf einer Situation einfacher, man weiß, dass er es eben schon gebracht hat. Deswegen ist es halt immer mal vielleicht noch anders als bei jemandem, den man jetzt eben erst ein halbes Jahr kennt, wo man dann gar nicht sicher ist, ob er das dann eben auch umsetzen kann, was man sich von ihm eben vorstellt. Der Mann der Schlussphase, Nico Neidhardt, das 3-1 gemacht, dann rotwürdig gefoult, wo wir dachten, Mensch, der hat alle Knochen gebrochen, dann noch das 4-2 gemacht. Also zwischen Himmelhoch, Jauchzen und Tode betrübt. Das war ja Wahnsinn. Ja, ich sag mal, Nico profitiert natürlich schon von der Umstellung der Grundordnung auf eine Dreierkette, weil er dann natürlich schon offensiver mitgehen kann, muss halt nicht ganz so tief verteidigen, kann dann schon immer ein bisschen höher rausschieben und dann eben auch die Konter mitlaufen. Und das hat er heute überragend gemacht. Und dann hat er schon in den letzten Spielen immer seinen Fuß mit drin, auch in unseren Toren, auch in Duisburg bei beiden Toren. Und heute hat er sich dann nochmal selber belohnt und die Jungs haben die aber auch wirklich gut aufgelegt. Einmal Amla, das andere Mal der Schulze. Und das war auch einfach uneigennützig quergelegt und er hat sich dann natürlich auch super veredelt. Ein bisschen Sorgen mache ich mir da trotzdem, weil die Spieler auf dem Feld so eine Verletzung durch das Adrenalin und so Wettmachen. Aber er ist hoffentlich nicht irgendwie doch jetzt angeschlagen oder verletzt. Gibt es da schon irgendwie so eine Prognose? Nee, meistens kommt das dann immer mal über Nacht. Da müssen wir mal schauen, wie die Jungs dann auch die Nacht jetzt durchkommen. Meistens melden sich dann so Wehwehchen am nächsten Tag. Aber insgesamt muss man sagen auch, dass die Jungs, die jetzt eben lange auch nicht dabei waren, dann auch ihren Job gemacht haben und das gut umgesetzt haben. Jetzt kommen zwei Jungs zurück, auch die anderen kommen immer näher. Also die Verletzten werden zurückkommen. Das wird nicht mehr so lange dauern. Und dann haben wir natürlich schon die Qual der Wahl. Und das ist auf der einen Seite schon für den Trainer dann schwierig, Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite aber gut, weil dann halt insgesamt viel Spannung auch im Training da ist. Jan Roder, glaube ich, hat die fünfte gelbe Kassen. Er hat schon seine fünfte gehabt. Der hat schon passiert gegen Unterharing. Okay, das heißt, dann kommen die Neuen zurück, die Alten zurück. Und da können wir nur hoffen, dass der Jan Löhmannsröben wieder in den Kader rutscht, weil der saß nämlich eben neben uns. Der hat so laut gebrüllt. Also mir pfeift immer noch das rechte Ohr. Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch gehört. Aber ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das eben machen. Ferrell ist dann wieder noch mal eine andere Mannschaft. Und die dann auch mal eine andere Spielanlage hat, auch als der Brücken, obwohl es ein paar Ähnlichkeiten gibt. Aber jetzt schnaufen wir erst mal durch, obwohl wir auch gerne in Düsseldorf gespielt hätten am Sonnabend. Aber jetzt müssen wir die Sache erst mal so akzeptieren und wollen dann am Freitag hier wieder unter Flutlicht im Ostdeutschstadion nochmal nachlegen. Und ein ganz bisschen freuen können wir uns auch. Ja, sehr freuen. Jetzt können wir es natürlich ein bisschen länger genießen. Ansonsten wären wir Freitag schon losgefahren. So haben die Jungs auch nochmal Sonntag frei und können diesen Sieg dann natürlich schon ein Stück weit länger auskosten. Wir freuen uns dann auf Ferrell. Danke. Danke.